und es gibt eine neue action factory und die schauen wir uns jetzt einmal an also dann versuchen wir mal ein paar aufnahmen der neuen action factory hier zu erhaschen auch hier wieder alles am berg direkt daneben das cycle center und runter ein kleiner bereich zu chillen und hier seht ihr geht es zur action factory rein wir schauen mal rein so dann probiere ich mal hier durch zu gehen erstmal ein blick da ist das cycle center wir starten einfach mal hier rechts hier also ein riesiger kletterpalast für die kinder gehen wir weiter durch also für kleine kinder jede menge zu spielen hier gibt es dann auch noch mini golf adventure da filmen wir einmal rein und wo ich gerade mal hier bin gehe ich auch mal durch das geht auch noch ins dunkle das seht ihr hier und hier gibt es dann ein badminton feld und natürlich diesen riesigen kletterbereich für die kinder das hier ist wohl auch ein kleiner kinderbauernhof wir gehen mal hier weiter hier ist irgendwas ich weiß es noch nicht wir schauen mal ob wir was finden was befindet sich hinter der tür ah ja sehr schön hier ist also der bereich des mini golfs in drei d und hier weiter links rum gibt es noch mal genau dieses labyrinth wo ihr gerade auch die kameras mit den fernsehern gesehen habt ja das war im wesentlichen der bereich action factory natürlich auch wie immer mit ein paar snacks und hier ist auch die bühne wie gesagt hier die theaterbühne und dann haben wir hier rechts noch einen kleinen squash bereich nach oben geht es dann hier vom squash bereich noch zur la trattoria wir gucken mal einen kurzen blick vielleicht wir haben ja schließlich mittag geht es zumindest zum bouldern das aus dem klettern und hier ist dann der bereich der pizzeria nett angelegt wir gehen mal kurz gucken jetzt die kinderspielecke und da geht es nicht mehr um die ecke von daher hier nochmal der bereich der action factory von oben also hier dieser airgarten dort das mini golf riesenglätterparadiese für die kinder kleine snacks etc dieser kleine mini bauernhof und hier auch kids corner und das theater bzw die theaterbühne anhand der bestuhlung auch nicht ganz so groß das habe ich hier gerade erst gesehen als ich runter kam bei der pizzerie gibt es also ein buffet für erwachsene 22 95 kinder 12 95 und das ganze wochen neu pizza pasta antipasta ich vermute die getränke muss man dann noch oben drauf zahlen hier noch einmal das cycle center von innen wenn dir dieses video gefallen hat freue ich mich über ein bauern hoch ein abo meines kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast vergiss nicht die glocke